Hallo, herzlich willkommen zu Manuel am Abend, der neuen Folge. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Hallo, herzlich willkommen zu neuen Manuel am Abend Folge. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, Manuel am Abend, Freunde. Neuer Abend, neuer Tag. Oh ja, die Sonne brennt. Ja, muss man sagen. Und trotzdem ist schon November. Da fragt man sich, kann das alles wahr sein? Ja, ist so. Ist die reine Wahrheit nichts als die Wahrheit. So ist das manchmal. Ja, Manuel am Abend, Freunde. Jeder Abend ist was Besonderes. Da seht ihr nochmal schön die Sonne. Deswegen habe ich jetzt einmal so einen Rundumblick gemacht, mit der ihr auch seht, dass das so ist. Und nicht einfach von mir erfunden. Ja, Manuel am Abend, Freunde. Ich weiß, es ist so weit, es ist so weit, dass man sogar sehen kann, dass sogar die Blumen trotzdem wiederkommen. Obwohl eigentlich jetzt der Winter kommt und der Herbst. Ja, muss man auch noch dazu sagen. Und das sind so Sachen, ja, die versteht halt nicht jeder. Aber ist auch nicht schlimm. Ja, Manuel am Abend, Freunde. Es ist zwar gerade kein Abend, aber für euch ist es Abend. Weil es heißt ja nicht umsonst, Manuel am Abend. Weil es abends sein soll. Und so ist das. Ja, Manuel am Abend, Freunde. Ich hoffe, ihr versteht es trotz dieses Windes. Prost an euch. Ihr seid das tollste Publikum, ja. Aber heute ist wirklich ein bisschen windig. Deswegen gehe ich mal woanders hin. So, das ist nicht nur in das Erste. Ja, gehen wir mal in die Richtung. Oh, Manuel am Abend, Freunde. Ja, das seht ihr mal, Vogelbeeren. Doch dann siehst du wieder, dass trotzdem, ja, mit der Natur was nicht stimmt. Aber, Mann am Abend, Freunde. Kommt mal mit. Gehen wir uns mal in die Richtung. Und setzen uns mal auf die Bank. Und das machen wir jetzt. Das machen wir uns mal. Das machen wir einfach mal. Ja, das machen wir nicht. Ja, meine Damen-Freunde. Hier sitze ich nun und genieße noch ein bisschen die Zeit, weil ich habe noch ein bisschen Hunger. Ja. Ja. Ja, meine Damen-Freunde, so ist das und so ist der Abend heute mit viel Wind. Ich würde sagen, das war's erstmal hier mit Mann am Abend der neuen Folge. Wir sehen uns morgen wieder hier ab 19 Uhr. Macht's gut und ciao. Da-da-da, oh no. Da-da-da. Da-da-da. Da-da. Da-da.